Hallo, mein Name ist Kalle, Kalle Kuschinski. Meine Mama hat immer gesagt, das Leben ist wie ein 12 Zylinder Dieselmotor. Ordentlich Zunder unter der Haube, schön Feuer rein, flutschen muss es. Und deswegen bin ich jetzt Trucker bei der aller Ultras GmbH. Wir bringen Ihre Ladung sicher von A nach B. Zu unseren Aufgaben zählt unter anderem der Transport von Holz. Um die Ausbildung unserer Mitarbeiter zu gewährleisten, haben wir uns mit Focus Home Interactive zusammengetan und einen Simulator entwickelt, um die perfekte Ausbildung zu garantieren. In der Simulation hat man auch eine Auswahl zwischen den verschiedensten Fahrzeugen. Außerdem kann man alle nochmal anpassen. Für jede Situation, für die extremsten Fahrten, für euren Transport, machen wir uns bereit. Unter extremsten Bedingungen, auf bis zu 11 verschiedenen großen Karten, kann man die volle Erfahrung eines wahren aller Ultra Truckers sammeln. In hunderten von Missionen und Aufgaben könnt ihr euch mit euren Freunden messen und gemeinsam eine tolle Fahrt organisieren. Das modifizierte Terrain auf jeder einzelnen Karte erschwert den Transport der ganzen Güter umso mehr. Wir bieten maximale Flexibilität, da unsere Mitarbeiter auf allen Plattformen, sowohl PC, Xbox und der PS4 trainieren können. Tut euch zusammen, zieht gemeinsam an einem Filmstrang und werdet aller Ultra. So und Damen und Herren, herzlich willkommen zu SnowRunner, Anna. Der gute Hanno ist auch mit am Start. Ich bin am Start, Anna. Ich bin auch dabei. Und hier machen wir auch schon ein bisschen SnowRunner. Ordentlich ein gerannt, Bruder. Und ja, jetzt machen wir quasi zusammen hier mal ein... Hey! Ich habe eine Handbremse drin, Bruder. So, ich gucke mal auf die Karte, welchen Auftrag wir machen. Wir haben hier schon einen ausgewählt. Und zwar, wir arbeiten mit einigen verrückten Wissenschaftlern zusammen, die gerne Löcher ins Eis bohren und bitten um eine Lieferung. Kannst du das übernehmen? Da habe ich natürlich gesagt, klar, äh, aller Ultras GmbH. Wir sind dabei. Wir sind dabei. So, und dann würde ich sagen, ab vor, ne? Du hast vorne vier Räder, die lenken. Ja, ja. Das ist krass, ne? Und ich habe auch richtig Power unter der Büchse. Ja, also kallert sich einfach jetzt mal den heftigsten LKV überhaupt, äh, gebeit. Gebeit? Wow! Oh, scheiße, wow! 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 Und ich habe mir so einen Offroad-Truckaroni geballert in die Röhre. So. Oh, hier. Oh, das lebt noch. Oh, loil. Was bist du? Du pflügst da durch, als wäre das nichts. Ja, als wär's nothing, Allah. Äh, wir, äh, bei mir zocken wir irgendwie so eine T1-Scheiße, Bruder. Und guck dir den Baba-Hafti hier an. Hänge, sieh zu, dass ich dich nicht weghupe. Hä, wie ist sie hier überall? Oh! Oh, scheiße. Nein, weg. Bitte, bitte zur Seite. Hä, ich dachte, ich wäre krass, Offroad. Du bist viel krasser. Ja, ich schieb dich aus dem Wasser, Alter. Jetzt mach dich doch mal weg, da. Winde angeboten. Nö, nö. Abfahrt. Nö. Alter. Holter. Junius, schieb dich aus. Dann komm ich mir raus, du Arschloch. Ja. Hier, komm. Ani deine Leine, Junge. Komm her. Danke, Kalle. Danke. Ich wollte dich. Ich hab Whiteloads extra auf meinem Schild stehen hier vorne. Du musst mir jetzt irgendwie flippen haben mich mal ja haben mich doch ich ziehe ich noch mal ja aber das bringt ja nicht du schaffst mich nur wo ich aber ist auch gut mich seitlich du musst mich seit ich habe zwei minuten unterwegs und du liegst auf dem rücken seitlichkeit und dann auf der anderen seite dran und rüber aber ich habe die hieven ja so ist geil stopp 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 nein du hast wieder versaut oh gott bist du mensch oder alter was hast du da so warte jetzt kuppelst du auf die gegenüberliegende seite von dios gesehen an mir dran ich mach erstmal den kuppelmodus an hier so zack kuppelmodus du bist am baum echt so ne ja aber so könnte klappen ja ja du mach doch nicht ab oder habe ich nicht das nicht muss ich vorne an den reifen aber auf der anderen seite bitte das ist mittig an mir dran das bringt gar du bist aber du hast aufgepasst du bist meine durch meine anweisung hat kann ich mich retten gern bruder du bist so ein affen bruder weiter mit der mission bruder hier tief in der arktis ey das ist das arktis hätte das ist alaska das müssen wir weiter ja 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 neue mission entdeckt ey mission entdeckt alter alter das ist so ne oh leid ich nehm an ich nehm an safe musst du ja aufladen oder ja dann geh doch mal weg da mit dem moors kommst du vorbei ja 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 feldhindernis entladen wir haben wohl wieder einen feldsturz am hals du musst wieder ran und die lage retten kumpel eine lieferung an den ort des abgangs muss dringend übernommen werden ah die brauchen da metallplatten wir müssen die da abliefern deswegen ist auch so ein metallzeichen von der fabrik alter wie gut das geht ohne witz in meinem video haben wir die übelsten scheißgeräte und plagen uns eine halbe stunde für zehn meter ja und hier sind wir einfach bei dir ist einfach sahne creme unterm rad ja das ist ja genau so ist es sahne creme unterm rad eine ibo vier zigaretten ein rosinbrötchen mit leberwurst und ab geht die katze da kann wir ins spiel alles wieder normal alter nein das ist ja voll doch 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 die jetzt kannst du jetzt kannst du es ist ja ich bin mir ist super ich zieh dich notfalls raus ist gar kein problem alles normal klar endlich mal werde ich von herrn abgeschleppt ich weiß auch wie das läuft wer hat sich denn eben aus dem dreck gezogen du hast du den gegenseitig beleidigen das finde ich das können wir gerne öfter machen ja machen wir so selten bin kaleco scheiße hier geht das gar nicht gut weiter voran weißt du was ich glaube ich mach das nicht nachher sind wir beide im ass wer ist hier schneller ich geh weg geh doch mal zur seite jetzt du blockiert sonst auch beide mit einem scheiß eine leberwurst drei bockwürste alles wieder normal jetzt schieb mich doch bitte an ich kann nicht ja weil du nutzlos bist wir hinten dreht alles durch guck jetzt an da würdest du einfach ein ein bisschen abstand halten werden wir schon lange da habe ich mal wieder raus so gut es ist so aber alleine würde es niemals gehen sie müsst ihr snowrunner mit dem kumpelstuhl mit so einem leichten vorst und zwei kraftstoff und dann ist faktor wieder drin was ist das denn für eine suppe ja da müssen wir durch ich bin kaleco scheiße du bist so ein dulli weißt du wieder überhastet anstatt dass du die straßen nimmst willst du mich im wasser überholen wie naiv wie naiv du bist naiv ey guck dir das an was du baust das ist ein bisschen scheiße guck dich an guck dich an wo du gelandet bist mit deiner arroganz seit 2019 wirkst du irgendwie frustriert weil ich ein guter bin ziehe ich dich jetzt noch mal raus du hast abgemacht du affengeburt jetzt lass das mal baba machen ich stehe hier am rand der straße anstatt einfach auf der straße zu fahren ach du jetzt geht's ab oh jawoll feste weil ich ein guter bin ich bin guter sag es hast du toll gemacht also und jetzt hast du mich ausgebremst wie so ein arscher kannst du mich rausziehen ne ich bring das mal eben weg hallo gut dann komm ich nochmal zurück hab hier einfach so richtig gechillt das schild er boxt also richtig rein schaffst du es jetzt oder nicht ja doch klar in deiner aufnahme kommst du richtig in den schritzen gerade ey ich bin tiefgekühlt junge Heistonniveau da tut sich was da tut sich was doch doch ne ne schaffst du nicht ich bin jetzt erstmal schön gefessert das ich schaffe ne 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 weil alleine hast du es nicht geschafft jetzt pass mal auf entladen jetzt hab ich die entladen so wir haben den kraftstoff schon mal abgegeben Max wo bleiben die Metallplatten du bist so stressig alter ich bin ein na oder brauchst du meine Hilfe nein gottes willen nein ach hast du ja doch geschafft sehr klassisch Alter ich bin jetzt auch körperlich fertig ja ich muss auch sagen es war ne ganz schöne wilde Fahrt ja wirklich wenn ihr Bock habt schau hier in die Beschreibung da ist der Link zum Spiel und auch das Video von Henno da haben wir nämlich auch ne Runde gedreht das war auch witzig ne also tschüssi Kowski tschüssi 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 tschüssi